In der oberen Klaus auf dem Hof von Daniela Cagela gibt es jetzt neben den Lamas auch Alpacas, die Besucherinnen und Besucher fast etwas verzaubern. Letztes Jahr im April haben wir das erste geholt, das habe ich vom Schlachter gerettet. Das hat mich so gedauert und dann hat das ein Spendchen gebraucht. Dann habe ich ein zweites geholt aus dem Graubünden, also wir haben einen Bündner. Und im Oktober haben wir dann noch zwei geholt aus dem Zürich-Biet. Das sind unsere vier neuen Alpacas und die passen sehr gut in unsere Herden. Alpacas sind die kleinere Haustierform der Neuwelt-Kameliden. Die unterscheiden sich durch spitze Ohrenform. Die Lamas haben bananenförmige Ohren, haben eine andere Beckenform und sind etwas kleiner. Man sagt auch, sie haben die wertvollere Wulle, also die wertvollere Fasern als die Lamas. Was machen sie auf dem Hof mit den Alpacas? Die sind dann schlussendlich auch da für die ganzen tiergestützten Interaktionen, die wir machen. Also die ganzen Angebote, die wir haben von Instituten, von Behindertensachen, von Schulen, Kindergärten, von Lager, von Altersheimen, Tracking, all diese Sachen sollten sie dann nachher, wenn sie trainiert sind, mit uns mitlaufen. Damit reden wir über die Aktivitäten der Gluser Lamas. Was steht als nächstes auf dem Programm? Wir haben wieder eine Aktion gestartet, wie schon im letzten Jahr. Und zwar ist das die Fasnachtsaktion, wo man zu einem Aktionspreis mit einem Lama oder Alpaca laufen kann. Ich hoffe, sie seien bis dann schon gut trainiert. Und die Idee wäre, in der Fasnachtswoche sind das vier Daten. Und das wäre lustig, wenn z.B. Kinder in einem Fasnachtskostüm kommen, weil es ja keine Fasnacht gibt, und wir dann ein eigenes kleine Umzug mit den Lamas machen würden, hier im Wald und in der Gegend. Und wenn dann die Eltern noch Lust haben, ein Foto zu machen mit den verkleideten Kindern und den Lamas, gibt es schlussendlich dann noch Wettbewerbe, wo man wieder etwas gewinnen kann. Dieses Jahr ist ein Jubiläumsjahr und zeitgleich sucht Daniela Tschagela Hilfe bei der Lagerleitung. Dieses Jahr wäre eigentlich das 10-jährige Jubiläum der Kinderlager. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich im Moment Kraft nicht habe, für diese Lager selber zu leiten. Und auch meine ganzen Hilfen sind einfach nicht mehr rum. Es wird immer schwieriger, Leute zu finden. Und darum ist mein Aufruf, gibt es jemanden Engagiertes, der sehr gerne Kinder hat, der gerne Natur hat, Lamas hat, der gerne möchte, diese Lager zu leiten und zu übernehmen. Ich biete eine super Infrastruktur, ich bin da, um zu helfen. Ich würde die ganzen Tierprojekte, also ein Programm würde ich selbstverständlich leiten. Ich brauche einfach jemand oder zwei Personen, die die ganze Kinderbetreuung Animation machen würden, mit mir zusammen in der Kohleitung. Melden kann man sich, wenn man interessiert ist, für das erste Kennenlernen oder noch mehr Informationen. Am besten per Mail unter info-at-cluser-lamas.ch Dort ist es am einfachsten, für mich einen Termin zu vereinbaren. Und dann können wir nachher alle weiteren Sachen telefonisch oder einen Ort besprechen. Neben den Angeboten mit Lamas produziert die obere Klus erstklassiges Natura-Beef. Natura-Beef produzieren wir selber hier auf dem Betrieb, das kommt aus der Mutterkuhhaltung. Das heisst, dass die Kälber über zehn Monate bei der Mutter trinken die Milch von der Mutter. Also die werden nicht noch zusätzlich getränkt. Und nach zehn Monaten gehen sie nachher in die Metzge. Wenn man das Label Natura-Beef hat, dann heisst das auch, dass man die Tiere nach besonderer Richtlinien halten muss. Das heisst nach BTS und alles, das sind besonders tierfreundliche Stallungen. Die sind im Herdenverband, die haben Liegenfläche, die haben Fressplätze. Und v.a. können sie im Winter wie im Sommer täglich raus. Diese Tiere werden nicht in einer Industrie-Metzgerei zugeführt. Und das Fleisch kommt nicht in Grosshandel. Wie findet das Fleisch den Weg zur Kundschaft? Der Vertrieb des Fleisch ist wie an meiner Homepage. Dort kann man ein Bestellformular ausfüllen und sich anmelden. Und dann informiere ich die Leute, wenn es dann wieder Päckchen gibt, um abholen. Das sind einfach solche Mischpäckchen, die man dann vom ganzen Tier zur Verfügung hat. . Vielen Dank.